Ein herzliches Willkommen zurück bei DayZ Gamebrio für die Xbox One. Heute mit dabei ist unser guter Akani und ja wir sind leider auch am sterben. Wir können eigentlich schon gleich mal verrecken gehen. Ich versuche jetzt mal Akani mit auf den Server zu kriegen, weil er irgendwo rumschwuchtelt, keine Ahnung wo er ist. Er kommt irgendwie nicht drauf, aber naja scheiß drauf und es regnet wieder mal, wie immer. Es ist ja nichts neues auf diesem Server. So. Ja, das ist ein kleiner Anfang. Ich such gerade, wo ich mich töten kann. Juhu. Sie sind tot. Haha, ich respawne. Na ja, es ist eigentlich die Ukraine. Genau. So, wo bin ich jetzt hier gelandet? In welchem Kapuf? Naja, ich bin irgendwo in der Nebelstadt. Ja. So. Ich hab ne Batterie gefunden. Also ne Autobatterie. Warte, die ist nicht reingesteckt. Ja, in die Hosentasche. Ja, tschüss. So, jetzt muss man schnell kochtöpfe. Brauchen wir nie. Brauchen wir auch nie. Wer? Ich weiß nicht, wo, äh, welcher Stadt bist du eigentlich jetzt? Ich bin irgendwo in der Wallerei. Ich weiß auch nicht, wo ich bin. Warte mal, mach mal hier ein Mützchen mit. Aber schauen wir uns auf den Kopf hier. Da ist uns ein Typ, die so kalt. Da musst du die neue Stimme kaufen. Hier ist ein Auto. Können wir das irgendwie was machen mit dem? Ja, da musst du frische Sachen anziehen. Ja, das kann man beim letzten Deal jetzt hier mit rein. Mal ein Update. Also hier, wo ich gerade bin, gibt's gar nix. Da ist ein Zombie. Das ist auch ein Zombie. Okay, wir gehen mal zurück und laufen außen rum. Der Regen ist ein bisschen nerviger mit dem Geräusch. Ich glaube mal, ich weiß, wo ich bin. Da, wo ich letztens aufgehört habe. Na ja, wenn ich mal aufhören und mit dem Regen würde, da hätte man ja gewusst, wo man ist. Oh ja, nur für den Rucksack oder so zu finden. Oh, ich habe was Besseres. Haha. Wetten. Haha. Und runtergeflogen. Ja, deswegen sind wir noch nie hochklettern. Ja. Ach so. So, ich habe Handschuhe. Ach, roll da nie rum, du Waschlappen. Ha. Sind wir hier auf dem Server drauf, oder was? Noch andere? So. Okay, da habe ich dann eingesch... Ja. Hm. So. 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 Ich habe einen Sound-Bug. Oh, komm, wo kommt denn der her? Ja, irgendwie bei mir auch gerade ein bisschen. So, zwei Zombies geschlachtet mit der Faust. Ich habe einen... Ich habe einen Teddy gefunden. Das Wichtigste... Nee, das... Das Wicht... Ein Teddy. Oh Gott, das Server leckt ein bisschen, ne? Irgendwie. Ich habe einen pinken gefunden. Was hat denn deiner viele Farbe? Ach so, oh da... Oh, die Sound-Bugs sind widerlich auf dem Server gerade. Nein, es regnet noch, aber es packt rum, Alter. Was ist denn da? Was gibt denn hier ab? Ach so. Läuft doch bei dir. Ich habe zwei Zombies in der Faust weggeboxt. Also hol nie rum. Dann trink Regenwasser. Geht nie. Habe ich schon getestet. Da macht es nie. Ich mache mich mal kurz. Gar nie. So, das habe ich mal frisch angezogen. Wenn die das anziehen. Ich habe Polizeiklamotten. Mit dem Motorradhelm auf dem Kopf. Und darunter eine Storbenmaske. Also die beste Polizist forever. Naja, Sporteinheit. Wie? Ich habe sie gerade zurückgelassen. Ich habe bloß eine Hosentasche. Und Jackentasche. Doch, hat reingepasst. Aber nie viel Stuff. Also Spiele, du kannst dich mal entscheiden, ob du einen Sound geben wirst mir oder nie. Oh Gott. Ich fliege. Ja. Ich fliege in der Luft. Ähm. Ich muss mal den Server disconnecten. Sauer für die kleine Verzögerung gerade. Aber. Ja. Ja. Hallo. Hallo. Oh Gott. Ähm. Ich bin im Zeiten gebackt. Ja. Ach, hier sind Zölte. Ja, Spiel. Ja. Deswegen war ich auch gerade in der Luft. Oh. Hi. Bist du das? Hi. Du scheiß Wichser. Mann. Mach Platz. Geh, sterben. Ich mach das Brett auf, da kommt so ein Kunde um die Tür, um die Ecke, Alter. Frech halt. Ich hab gesagt, ich hab ein Motorrad immer auf dem Kopf. Was hab ich denn jetzt mitgenommen. Nimmst du das, nimmst du, nimmst du, nimmst du, nimmst du das Nebenhaus dann? Ah, ich hab was zum Trinken. Ich hab Bier gefunden. Ich bin ins große Haus reingegangen. Warte. Warte. Da, wo ich stehe. Oh, endlich was trinken. Oh. Ich stand ja gerade unten an der Tür. Na, ich bin gerade, ich bin gerade ganz oben. Oh Gott. Ich komm wieder rum. Ja, hier. Oh. Ah, diese Raumbox sind lustig. Da steht so ein Basti vor meiner Fresse, Alter. Ach, geht's hier hoch so? Was bringt das? Ich auch nie. Also wenn hier Schüsse gefallen sind, hätt ich denk ich auch hören müssen. Weil ich von es ja auch hier schon war. Ach, ist das so ein dummer Zufall ist, gleich ein Spawn kriegen? Machst du Zombies hinter dir oder was? Mach doch mal, Tür zu. Oh, was ist denn das? Mach mal mit. Ah. Cool, ich hab ne Kartoffel gefunden. Wo bist du? Hä? Wo? Ja, ich hab gerade was an Bier gefunden, nur. Musst du mal gucken, vielleicht gibt's denn einen Brunnen irgendwo. Ich auch nie. Ich kenn auch nie alle Brunnen. So. Hui. Mein Haus auch nie. Rollen die rum, du Waschlappen. Bist du ein Mann oder ein Weib? In welchem Haus? Ich war fast in jedem Haus schon, der hier auf der Straße ist. Hier, ich hab ein Miniröckchen für dich. Willst du das haben? Ich bin hier, ich bin bei der Straße weitergegangen, bei der Feldstraße. Dann ist ein grünes Haus, da oben ist ein rotes Miniröckchen. Komm, du weißt ja, wo das Laden war, ne? Wo das große Haus war, wo du hier, wo wir waren. Da bist du ja zu einem komischen Krankenhaus oder so eine komische Fabrik reingegangen. Ne? Ja, ja, doch. Hier drin ist ein Miniröck, ein roter. Hier drin. Ja, du bist ja eine Frau, deswegen passt's ja. Ah, pass auf. Ich hab was. Nice. Warte, ich komm da mal hoch. Äh, komm mal her, wo bist du, äh, bist du in ein grünes Haus gegangen? Du bist, komm mal mit, komm mal mit, komm mal schnell rein. Ich geb dir schnell was. Hä, lol. Hier war gerade ein Miniröck drin. Hier. Habe ich was hingeschmissen? Hast du? Bei mir ist die Dose noch da. Hey, Leute, die gucken, die sind immer noch hier unten. Bitteschön. So. Ich geh mal wieder zurück und dann geh ich von der Straße aus rechts hoch. Na, ich mach' die Reste jetzt halt gleich. So. Stormy, dankeschön für dein Horst. Und willkommen. Jo, kein Ding, Stormy-Line. Ach, nicht viel und bei dir? Ich hab' eine Flasche an einer anderen Leitung sitzen. Und die läuft hier irgendwo in der Sierung. Was denn dies? Mach' mit. Ach, glaub ich dir. Oh, jetzt brauch' ich was zum Trinken, Alter. Ich bin nicht am roten Bereich schon wieder. Darum auch zu. Ja, glaub ich dir. Das hab' ich auch schon mitbekommen in den letzten Tagen. Oh, hi, Zombie. Was kriecht denn du hier auf dem Boden? Geh, sterben. Hallo, was schlägst du mich? Bist du blöd? Boah, das ist ja was übelst Bucky, Alter. Alles klar. Ich hab' ne Taschenlampe. Ja, kann ich auch nicht mitnehmen. Ist irgendwie ein Bug bei mir. Aber es ist schon mal nächste Woche. Ja, ich werd's ja sehen. Ich werd mich freuen dann wieder. Mein Gutster. Also bei mir sind die Häuser eigentlich geladen. Komischerweise. Na okay, bei mir leckt das der so ein bisschen. Ja okay, die Sachen spawnen ein bisschen. Spät, aber okay. Hast du irgendwas, wo bist du denn? Durchbraucher. Hast du was am Trinken noch? Ja, kannst du mal Bier geben? Ich bin genau da, wo wir uns vor uns getroffen haben. Also hier bei der komischen Fabrik wieder. Woher kommt das Auto her? Woher kommt das Auto her? Ich hoffe auf jeden Fall... Ja klar, da bin ich wieder aktiv. Dann wo? Wo denn... Äh... Äh... Wo denn? Äh... Ich seh'nix. Warte mal. Was ist das? Ah, schon was zum Essen. hatte ich gehe noch mal ich kenne mal ins haus zurück welches klick dort oben jetzt bei dem bug server wir wollen mich gerade kribbel ich bin ich bin gerade auch angeschlagen ziemlich herum ist die tür wieder zu ja das bier liegt hier oben aber ich kann es nicht mal benutzen ja das server ist komplett im arsch alter war ja kann ich aber nicht mehr verwenden das liegt hatte verpackt naja wenigstens warte mal ich muss immer schnell verbinden ich kann mich nicht mehr verbinden alter ja schön dass du da warst wünsche noch einen schönen tag ich kann mich nicht verbinden ich kann nichts benutzen doch jetzt hier guck mal das kann ich verwenden wo hast du hast du das war aber vorher gemarische kinder hast du irgendwie eine verbanntes trocken ist ach gut mein halb ist wieder oben mein charakter das ist meine ja das ist ein dünger ja das ist ein dünger so dankeschön ja wir brauchen euch mein hammer holz ja dann brauchen wir eine säge eine axt ich renne mit ner fackel los zombie ich stirb ich hab ne fackel ich hab die gottes ding die supermarkt muss eigentlich was drin sein oh god was ist mit der map gerade los irgendwie spackt die map heute rum die fackel geht mir gerade auf den piss so ich weiß ja das war für uns beide besser warte mal weiter vorne muss irgendwo ein fluss sein dann gucken wir mal nach ob da ein fluss ist hey ich hab was geiles gefunden alter ich hab was hammer geiles gefunden kann ich damit schlagen joo alter ich kann damit schlagen mal gucken wie schnell die zombies sind kaputt ich bin gerade bei den garagen da drüben so dass jetzt ich guck mal nach wo du bist warte ich bin auch nicht mal in der stadt wo ist denn ich will das ich hab wasser gefunden oh ich kann trinken oh ich hab ein see gefunden ja ich hab Schüsse ich hab mir was geschossen ich hab mir das ich hab mir selber ich hab mir das für so ich habe mir das ich hab mich Ich glaub mal, es waren die Garagen, nö, ich bin woanders, okay. Doch, hier, komm mit, mal hier, hinter dir, hinter dir. Das Ding hatte ich gerade in der Hand gehabt. Hier, komm mit, hier hat das Wasser. Was? Ja, lass, lass den stehen, hab ich schon gesehen. Oh, erstmal saufen, Alter. Das ist ein Regensauber irgendwie, so ist schon voll. Ey, wo ist der Zombie jetzt so? Ich höre ihn aber, sei denn nicht. Okay, töte ihn. Komm mal rein, komm her. Pappen! Ha! Ha ha! Ich bin der Gott mit meiner Lampe. Was, du wolltest nen Rucksack haben? Oh, ja, ist mein Rucksack. Ha ha ha! Ja, reicht doch zu für dich. Ha ha ha! Ah, ne Schaufel! Cool. Nimm ich die Schaufel mit. Stand das da. Jetzt hab ich das Ding mit meinem Inventar drin, willst du mich verarschen? Was? Du, lass mich aus? Ha ha ha! Ist ne Waffe. Hier. Ja, da hat er Zombies getötet. Ich komm mal mit rein Hallo, Tür auf Jo Da hat was drin in seinem Inventar Hat die Feuerwehrs auch neu gemacht worden irgendwie, ja? Ein bisschen Hier oben ist eine kaputte Tür Ich bin mal ganz oben Ne, ich bin nicht in dem Turm, ich bin in der Maus oben drin Oh, cool Hier sind Duschen Hier ist ein Feuerwehrhelm, den du haben willst Hier auf den Tisch Dann geht's hier hinten weiter Hier sind die Rutschen, guck mal Und dann geht's hier aufs Okay, zu damit Aufs Dach Hier hinten geht's nur den Rutschen Ja, komm mal mit Hier, hier lang musst du mal gucken Hier Na, ich hab nichts gefunden Nichts vom Trinken So, komm mal mit Hier hinten Hier kannst du runterrutschen Da geht's um Dach Ne, da geh ich nicht drauf Weil jemand geschossen hat Deswegen geh ich nicht hoch Hier ist Oh, ich hab was Ich hab was besseres Als eine Schaufel Ne, ich hab Motorradhelm So, komm mal aus dem Inventar raus Das ist auf dem Rücken So, ich hab was cooleres Als die Schaufel Haha Ah, das hast du noch nie Ja, deswegen hab ich auch nicht gemacht So, geh ich auf den Treppen runter Guck, wo ich gefunden hab Ja, genau Ja Ich und Teddy mit Oh, ich hab was Hier, ich krieg das nie raus Hier ist Essen drin Bei den Zombie Ah, ich krieg das nie raus Doch, bei mir hat der Essen Wie regt man das raus Aus dem Inventar Was du tust, mal rauszukriegen Cool, ich guck mal den anderen Hier ist nix Besonderes Warte mal Ich muss mal den Zombie Wo Auch da steht einer Nein, nee, lass zu Oder hast du Hunger Alter Schwede Das ist ja gemäxelt hier Oh, hier liegt ja übelst Hier liegen ja übelst viele Zombies Alter Hier ist auch noch Hier ist nix breit Hier ist nix breit Kannst du Hier bei den hier Wo ich gerade draufstehe Hier hinten ist nix breit drin Bei den hier Hol dich mal raus Bitte Bei Danny Hast du dich Du hol dich mal bei jedem Zombie das Essen raus Und dann verteilen wir uns da mal auf Auf zwei Leuten Ah, wie geil ist Nein, da können die hier alle gemäxelt oder was Ich krieg das selber nie hin Wie krieg Wie komm man da hin überhaupt Ah, jetzt Ich glaube, ich hab die rausgeschmissen Ausgesehen Ja, ich guck mal hier In Zomi nochmal gründlich nach Ne, ich hab nix in meinem Inventar Ich hab keine Ich hab keine Spreite in meinem Inventar Also, das hab ich auch nicht gewusst Wie immer das Menü durchgeht Das hab ich jetzt auch echt Danke schön Das hab ich vorher nicht gewusst Richtig Ich guck gerade jetzt genau gründlich nach Wo das Spreit jetzt ist, alter Ich hab die Spreiten Boah, ist er übelst schwer, alter Hä, lol Ich weiß nicht, was ist auf dem Boden eigentlich Was hast du denn im Mittag? Guck mal nach Okay, dann gehen wir mal weiter Hallöchen, meine gutste Nahtheranlein Alles klar, bei dir Nein, die Zombies Hab ich nicht Die Zombies haben wir nicht getötet Da war einer vor uns Da hat die erschossen Also, die Zombies haben wir nicht erledigt Wir beide So, gehen wir mal hoch Ich hab ein Messer Ja, ist durch meine Ey Ich hasse dieses Thema Manchmal von diesem Spiel Nö, ich Nö, ich behalte meine Stiefel Ja, endlich zu Hause Boah, denn Haha, ja Jetzt bist du zu Hause Und jetzt bist du in der Sie Und das Winter geht hier weiter So So So, da kamen wir Okay, dann gehen wir hier lang Die Häuser hier Gehst du mal hier Gehst du mal hier in die Häuser gucken Ich guck mal hier rein Ganz kurz Ja, das stimmt auch wieder Da wird man nie nass Ich hab eine Wasserflasche Ich hab's mal drei gehabt Gut, nimm mal mit Ja, dann Nimm mal auf Ich bin mal im großen Haus Schon drin Ich hab Ich hab ne Sprite Im großen Haus hier Warte, ich stell mich mal davor Hier Genau das Haus Von dem kleinen Haus Daneben Das große Klei Da bin ich unten drin Bei der Straße Wo bist denn du raus Da, hier Da, das große Meine Ja Hier ist nix Na, Tür ist manchmal auf Und hier Du musst aber echt Manche Türen sind schon auf Dann nimm du den kleinen Rucksack mit Achso Achso, hier bist du doch Von dem Haus Machen wir Platz da 2DSi pro Seite Ich geh in den Ich geh in den nächsten Eingang mal rein Die ist mit Tür Hier ist noch ein Kleid Ja Am Arsch Ist selber Jetzt hast du noch Kleider mitnehmen Am Arsch Alter Und sonst Wird alles klar Bei dir Meine gutste Ich geh in den Ich geh in den nächsten Eingang mal rein Ich geh in den nächsten Eingang mal rein Ich geh in den nächsten Eingang mal rein Und dann Ich geh in den nächsten Eingang mal rein Ja Die Zeit geht zwar schnell Wenn du daran Spaß hast Dabei Spaß hast ja hier wo ich gerade stehe hier genau dritten eingang dann hier fliegen schuhe in der luft irgendwie die stadt ist ich habe den wehrlosen oma getötet die anhaltsstelle stande scheiß drauf die war böse wer gesagt ich soll kacken gehen ich höre einen huhn ich höre einen huhn wo ist das hühnchen bleib hier das ist mein huhn ich töte dich ich will ich will ich habe ein messer essen schlachte schlachte das kleine hühnchen schlachte schlachte das kleine ich habe ein huhn der heißt hans ich habe ein huhn ich gehe mal hier ins haus rein gucken springen aber wenige ausbeute hier irgendwie her ja ich glaube ich auch schon aber hier sind dickere jacke für dich in den haus wo ich gerade reingegangen bin ist eine frauenjacke ja dann kannst du mal mit munition wo ist ein bisserl am wo ist das server so fett ein ding hier rum weg damit wir brauchen wurde ich trinkt eine basis ja ich suche aber auch schon gummelig tiefe doch hier hinten gleichfalls ich hab noch voll ich guck mal in eine andere fabrik raus rein dann erst mal schnell oh Gott hier sind gleich zwei oh hier sind drei ja ich geh lieber zurück die uralischer zombies haben sie verringert irgendwie ich weiß deswegen so ich bin in einer anderen halle drin gucken was hier drin ist hier gibt es keinen säge irgendwie ne ja ganz vorne ich gehe jetzt weiter vorne ins haus rein ich mache ja ich stehe genau dem in zornbien das interessiert den jetzt interessierten erst ich komme nicht ins menü rein bei mir gibt es gerade das menü auf geil na da war schon drin in jedem lager hoch geht es auch nein ja geil mein menü geht nicht mehr auf was ist denn das für ein schwachsinn das innehaus wo du bist ich gehe mich mal oben ganzes mal ruhe locken ja weil da vorne ist ein klavierhaus ich tue mich mal ganzes mal ruhe locken von den server so das ist ja ja das ist mega blöd ist irgendwie das update ist irgendwie ein bisschen ja ein bisschen verpackt noch ein bisschen sagt ist es gut so warum ok ich habe noch ein paar sekunden nicht jetzt bin ich wieder auf dem server so super jetzt ist das aber wieder resettet bei mir super 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 habe ich oben die tür zugemacht ich bin eigentlich beigetreten wieder ja das ist das server super so wo bist du jetzt jetzt wir uns wieder treffen ok kommen wir zu dem komischen haus was du ganz hinten siehst dann ja das sind eigentlich nur ein paar lagerhäuser warte mal hier vorne habe ich doch irgendwo ein zombie geschlachtet ne ja ja hier ok hat nichts in dem winter naja das spiel ist ein bisschen buggy zurzeit wieder keine ahnung wieso aber nur bei uns das menü backen ein bisschen rum aber sonst ist das spiel eigentlich besser geworden ist ich glaube dass es das server da bisserl irgendwie am arsch ist das wir gerade haben ok ich gehe mal vor zur straße ne welcher lagerhaus warst du alles sind da nur drei lagerhäuser warst du schon warst du schon beim holzlagerhäusern hinten wo es so viel holz ist du weißt ja das erste lagerhaus wo wir waren da gehen wir mal hin ok ich gehe mal zurück wieder zurück auf die straße genauso was finden wir uns gar nicht mehr die häuser bauen sich auch hin die häuser bauen bei mir auch sich auch auf gerade hinten ich will durch ah schon drüben aha scheiß drauf ich gehe jetzt hier lang das leckt mich oh nein oh ich mache jetzt nicht ich mache jetzt nicht den server na komm mach mach weiter einfach weil ich laufe gleich weiter muss ich gleich weiterlaufen komm ähm die 13 die 36 ok ja dann muss ich jetzt ja dann muss ich jetzt dort bleiben ok ich laufe da ich laufe einfach der straße wo ich gerade lang gegangen bin weiter einfach jo warum mache ich dann hauptwärts ein server äh server wie log das dann sowas passiert jetzt well dann geht Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, super. Ich habe keine Taschenlampe. Na gut, das ist die Straße. So. 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 ok noch kein ding dann mach ich jetzt auch gleich einen feierabend und dann spüren wir dann wenn du wieder pokerst dann stelle ich mich ins haus ok ja nicht so was das möchte ich nicht so was geht es bei mir nicht schleumer ok dann jo hau rein und dann an meiner stelle da machen wir ja auch schon mal feierabend ich hoffe es hat euch gefallen wir sehen uns das nächste mal wieder bei der sie geimpriege oder egal was ich mache bis denn ciao ciao ja 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 ja